Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen, ja, Let's Play-Runden-basierten Zwischenspielchen, wie auch immer ihr es nennen wollt, namens Fall Guys Ultimate Knockout. Ich bin auch heute wieder nicht alleine, nämlich bei mir ist der... Episode 1, hey, hallo! Und ja, der hat gesagt, der hält mein Händchen, während ich meine ersten Schritte in diesem Spiel wagen sollte. Wir werden es einfach mal ausprobieren, wir werden uns verbinden und dann geht's los. So. Die große Frage ist jetzt nur, ich habe jetzt gerade überhaupt gar keinen Ton. Das kann aber auch daran liegen, weil ich ja die Musik aus lizenzrechtlichen Gründen ausgeschaltet habe, dass ich hier drinnen jetzt auch nichts höre. Also, du heißt Joel Full Rocking Clown. Ja, und du heißt Dumbling Chasing Moon? Ja, ich habe so lange auf Neuwürfeln geklickt, bis irgendwas mit Mond rauskam. Das fand ich am schönsten. Aber wie mache ich jetzt bereit? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Achso, mit der Leertaste. Da, guck mal! Wer bin ich denn? Ich bin der Rechte, oder? Ich bin der Grüne, du bist pink. Nachmache. Wir gehen hier im Partnerlook, sehe ich gerade. Aber ich habe eine andere Hose an, glaube ich. Aber mein Herz ist wie immer größer. Ja, ja. Guck dir mal mein Herz an. Meine Brust ist viel größer als deine. Ist auch mein Herz größer. Wir haben schon die Hälfte der Spieler zusammen. Bald werden wir alle auf den Boden knallen und zu Brei werden. Dann sind wir alle eins. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie das geht. Ich habe mir das auch noch nie angeguckt. Ich habe nur mal so Ausschnitte gesehen, aber nicht so angeguckt, wie man das spielt. Doch. Doch. Ich habe zwei Let's Plays angesehen. Ich muss von hier außen schöne Grüße an die Moana schicken. Ich habe keine Ahnung, ob ich genauso dusselig spiele wie du. Keine Ahnung. Aber ich werde es jetzt rausfinden. Wobei, das mit dem Dusselig kam von ihr. Das kam jetzt nicht von mir. Das muss ich auch dazu sagen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das könntest du auch bei mir im Discord nachlesen. Also Dusselig hat sie nicht geschrieben. Sie hat was anders geschrieben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es jetzt auch gerade nicht nachgucken. So geht es. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellin. Das ist schon mal gut. Zumindest die Sache mit der Ziellin. Ich kann nicht mal reden. Ja. Muss ich was drücken oder geht das? Achso. Ich bin in der zweiten Reihe. Oh scheiße. Ah, geht weg da. Ich kann gar nicht. Oh, ach, meine Maus ist so heftig eingestellt. Ah, geht weg. Geht weg. Oh, ich komme hier drauf. Haha. Weg da. Weg da. Weg. Ah. Die habe ich, die habe ich, die habe ich weggebumst gerade. Hey, darfst du mal einer bumsen? Aber auch nur mich, ne? Das ist dir klar. Ey, sag mal. Hallo. Kann man hier? Boah. Wieso können die schnell... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, du warst das. Du hast den... Ah. Wieso können die schneller Dingsen laufen als ich? Oh, oh. Der hat mich... Achso. Ich muss gar nicht durch das Loch. Scheiße. Ich bin unten runtergefallen. Kann man hier nicht irgendwie Gas geben oder so? Oh, au, ah. Nein, 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 nein. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Hallo, ich sehe nichts. Gar nicht. Hier ist eine Tribüne. Aber ich komme da nicht... Ach, da hinten. Ach, da kann ich gar nicht rumlaufen. Was ist das denn für... Ach so. Ah, ah, ah. Nein, 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 nein. Hä? Nein. Ich bin ausgestiegen. Aber ich glaube, ich habe da hinten das Ziel schon mal gesehen. Aber das ist blöd. Wenn ich die Maus nicht bewege, kann ich dann vielleicht besser gucken. Benutzt du die Maus? Ja, da kannst du dich nur mit der umgucken, mit der Maus. Ja, aber das geht so wahnsinnig schnell irgendwie. Und dann auf einmal gucke ich ganz woanders hin. Da wollte ich gar nicht hingucken. Ich habe voll die Orientierung verloren. Oh Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das vielleicht mal zu dritt machen, ne? Oh Gott. Ey, wir losen sowas von ab hier. Ich habe nicht einmal gesehen. Also von daher, bei sächlichen Leuten ist das halt... Ich habe dich vor mir gesehen. Und dann bin ich runtergefallen. Und dann hast du gesagt, ich bin auch runtergefallen. Oh Gott. Das habe ich bei ihr gesehen. Das ist wohl sauschwer. Der Skiflug. Weil du musst euch diese Löcher durchbringen. Aber du kannst auch nicht irgendwie rennen oder so, ne? Ich bin... Ich weiß... Hä? Ich bin ein Pinguin. Ach so, wir können da nur noch zugucken. Ach so. Ja, dann beende ich das jetzt. Ich dachte, das ist unsere Runde. Das ist eine Sauerei hier. Puh. Nee, nee. Ich gehe da auch. Wie kann man da rausgehen? Ich habe 30 Punkte bekommen. Ich bin Level 2. Ey. Ich bin zum Hauptmenü. Und habe jetzt die Farbe des Lebkuchenmannes. Oder der Lebkuchenfrau. Je nachdem. Ich habe auch 30 Punkte. Aber wieso... Nein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was denn? Jetzt hat er mir den Lebkuchen angezogen. Den will ich gar nicht anziehen. Ja, der hättest du nicht sagen müssen. Habe ich ja auch nicht. Moment. Jetzt gucke ich mal eben. Profil. Da kann man das irgendwie nämlich umstellen. Ich habe es irgendwie geschafft letztes Mal. Das war gar nicht bei Profil, ne? Das war... Bei dem Kleiderbügel? Bei Outfits. Nee. Bei Theatralik. Nee. Ach nee. Bei der Oberfläche war es eigentlich, was ich meinte. Aber das waren die Klamotten. Da. Da. Ich bin wieder richtig. Okay. Geh raus. Geh raus. Ich will hier raus. Ach so. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Ich bin aber jetzt nicht mehr raus. Ja. Dann machen wir mal... Nicht mehr raus. Nicht mehr. Ich bin nicht rausgeflogen. Das wollte ich sagen. So. Ich bin ja total... Ich merke das schon. Ich glaube, mein Verstand ist so vernebelt, dass ich irgendwie dann gar nicht mehr reden oder denken kann, wenn ich ein paar Runden gespielt habe. Ding, 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 ding. Also Ziel ist es mal eine Runde weiter zu kommen. Aber ja. Das sollte man nicht machen, wenn man gerade den Hals so kaputt hat. Oh, da ist ein Schokoklaun. Ein Schokonar. Mit so einer Narrenkappe auf. Und ein Pinguin. Das wäre was für Nils, die Narrenkappe. Der hat doch auch immer hier dieses Narrenkostüm gehabt, den Tee so. Da sind Kanonen. Mit Kanonen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Steinspiel hier. Steinspiel? Ja. Ach so, hol, hol, rock, rock. Ja, ich komme gerade hier auf den Namen. Alle weg da. Hier kommt ein... Was finde ich überhaupt ein Würstchen oder sowas? Ein rosa Würstchen? Weg da! Weg da! Da waren Hindernis, sagt das doch einer. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Das rollende Würstchen ist unterwegs. Oder ich bin Hotdog oder so. Nein! Was dann auch wieder ein Würstchen wäre. Wiener. Lass mich weg, nein! Der Arschleger! Nein, nein, ich bin raus. Nein, ich bin raus, nein. Komm jetzt raus? Nein, doch nicht, aber gleich. Huhu, huu, huuuu. Au. Nein, nein, lauf, 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 nein, 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 nein. Scheiße. Lauf, lauf, ich kann weiter. Wie du kommst, weiter? Ja, lauf. Nein, 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 lass mich da rüber. Nein, nein, ich bin kaputt. Ach so, ich bin gar nicht kaputt, warte mal. Oh, das ist... Ach so, ich hätte auch auf der Seite rüber gekonnt. Oh. Nein. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich darf da nicht ran. Ich bin qualifiziert. Nein, 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 nein. Ich will auch qualifiziert sein. Geht weg. Geht weg, ihr Idioten. Ich sehe nicht, ich sehe da drauf. Ja, ich sehe da drauf. Entschuldigung. Ich glaube, das warst du doch, oder? Ich habe ja nur gesehen. Errungstab. Ich habe blaue Flecken. Und einen kleinen Schnitt habe ich. Äh, Schritt. Er hat sich, glaube ich, schon gemutet. Er konnte mein Lachen nicht mehr tragen. Einen kleinen Schritt habe ich. Das war so lächerlich, da musste ich bei lachen. Ich habe aber Schnitt erst gesagt und dann Schritt. Es heißt Schritt. Das war der freudschöne Versprecher, aber erst beim zweiten Versuch. Nein. Oh, da war gerade ein Dinosaurier im Bild. Oder sowas ähnliches. Bin da nicht drin. Oh, ich kann nicht mehr atmen. Hilfe. Ach du Scheiße, das sind so Dinger, die dich weckhauen. Oh Gott. Hast du die gerade nicht gesehen? Ja, dich gerade auch schon mal. Ja, aber... Ach, das ist das Gleiche. Nee, ist ein anderes. Das ist ein anderes. Ich wollte übrigens mal erwähnt haben. Ich habe Lena, also meiner Tochter, habe ich gesagt, die soll nicht so kreischen während der Aufnahme. Die wird wahrscheinlich gleich ankommen und sagen, Mama, du hast die ganze Zeit gekreischt. Geh weg da. Geh weg da. Ja, toll. Nein! Dieser Idiot, der ist mich da runter. Ja, ich bin auch runtergedingst. Wie kann man den hauen? Kann man die irgendwie nutzen oder wie geht das? Also ich mit, 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 mit Space kann ich so die Hände nach vorne machen. Aber ich glaube, das ist kein Hauen, oder? Oh, weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Oh, das lief jetzt überraschend gut. Oh! Ja, ja, ja! Ich bin Fünfte! Nee, ne. Oh, wie geil! Nee, die ist genau qualifiziert. Ja! Weil ich gut bin. Du hast gecheatet. 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 Oh! Du stehst nur da drin, ich seh dich gar nicht da hinten. Das ist doch unter mir. In der Mitte links. Neben dem Milchshake, oder was das sein soll. Oh Gott, ich glaube, ich habe keine Stimme mehr, wenn ich ein paar Aufnahmen gemacht habe. Oh Gott. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, aber du hast mich bestimmt schon leiser gedreht, nehme ich an. Nein, ich habe einen Ton ganz aus. Ach so, das erklärt einiges, auch tagsüber. Ach so, scheiße. Zick, 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 kurz. Oh Gott. Ich bin ganz vorne. Lasst mich alle in Ruhe. Geht weg von mir. Huh! Was war das? Mich hat so... Ey! Ach, das bin ich selber. Ach so. Mit der rechten Maustaste springst du irgendwie so nach vorne. Oh, oh, oh. Hilfe. Nein. Nein, lass mich... Lass mich leben. Nein. Lass mich da durch. Oh, 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 oh. Nein. Fuck. Äh, äh, wo bin ich? Ich bin da unten. Lasst mich in Ruhe. Ich bin tot. Ich will mal eine Runde... Nein! Och, nein! Komm, ich will mal eine Runde weiterkommen. Oh, diese Mauseinstellung, die ist schrecklich. Ich komme so schnell. Ich bin auch gestiegen. Dieses hin und her drehen, ne? Das ist so. Oh, scheiße. Oh, nein. Ist noch keine Qualität. Jetzt kommen die ersten oben an, oder? Oh, wollt ihr mich veräppeln hier? Oh. Das ist euer Ernst. Ey, wie ihr mich stöhnt? Nein! Ich habe gesagt. Nein! Oh, der erste ist oben. Nein! Oh, der erste ist oben. Ich war so gut. Du fucking Ninja, du hau ab! Warum war das der Typ? Ey, der ist, glaube ich, schon drüben, oder? Ne, er schläft aber 0 von 25 momentan. Ja, ja, er wartet darauf, dass der nächste bis da kommt und geht dann rüber, nehme ich an. Was für ein Lutscher. Na ja, das müssen wir uns jetzt nicht antun. Oh. 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 Und dieses Zeug füllt sich dann auf damit. Was machen wir mit diesem... Was machen die denn da unten? Ich habe eine Krone als Währung erhalten. Was auch immer ich damit machen kann, aber... So, schließen. Ich will die nicht ausrüsten. Jetzt weiß ich, was Bernd meinte mit Strümpfe. Jetzt habe ich es verstanden. Strümpfe? Ja, heute in Tee so. Achso. Ich weiß es immer, aber egal. Ich habe gerade Strümpfe bekommen. Ich habe auch Strümpfe bekommen. Show-Auswahl. Warte mal, wir können... Hauptprogramm oder Starshow-Ninja? Okay. Machen wir aber das Haupt... Warte mal. Einer aus Ninjas Lieblingsrunden wird zu... Lieblingsrunden zusammengestellte Show. Oh, das Original, jede Runde von Vollgeist in einem großen Glückstopf. Ja, nehmen wir natürlich das Original, ne? Aber ich habe ihn schon bereit gedrückt. Wenn mein Hals nicht so im Arsch wäre, hätte es sich besser angehört. Hm. Mann. Überwindet die Hindernisse und renntet zur Zieldinie. Ist das nicht irgendwie immer so? Oh Gott. Ich hätte vielleicht einen Tag für die Aufnahme wählen sollen, wo man... meine Stimme nicht ganz so um einmal gewesen ist. Kann man irgendwie die Maus einstellen, dass die nicht so extrem... empfindlich ist? Das ist ja gra... Oh, scheiße. Was kommt da hinten denn alles? Ach, das ist doch das Gleiche von eben wieder. Ach, komm, ey. Oh, ich bin wieder raus. Wenn du springst, bist du schneller vorne. Aber dann wird es schwierig, dann kommen die Bälle. Ja, ich habe es zu spät gemacht. Ich hänge hier fest an der Scheide. Oh, Mann, dieses Hin- und Hergezuppelt immer durch die Maus. Keine Ahnung. Ich komme nicht da raus. Ich weiß auch nicht, wie man da rüberkommt. Komm, roll. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Oh. Nein. Nicht qualifizieren, ich bin noch nicht da. Oh, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, oh, nein, scheiße. Oh, das war gemein. Bist du rausgeflogen oder bist du so ruhig? Ach, ja, ich bin... Oh, nein. Dass man da springen muss. Ach, oh. Ach, Mann. Sag doch, dass ich nochmal darf. Oh, oh, nein. Das war so gemein. Na, oh, ey, das ist doch nicht... Nein, ich war am Ende. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin auch gerade total am Ende. Ich weiß, was du meinst. Na, uff. Okay, es war keine so gute Taktik, die ich gerade versuchen wollte, habe ich so das Gefühl. Oh, ich habe gedacht, ich wäre der andere. Scheiße. Ich bin angekommen. Ich bin noch qualifiziert. Nein. Ah, na, ah. Uff. Scheiße. Das war gut aus. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich bin wieder ganz hin. Ach, du, guckst mir jetzt auch noch zu. Oh, okay. Ja, ja. Geh in die Mitte. Ach so. Du hättest ja in die Mitte gehen müssen. Wenn ich jetzt bei dir zugucken könnte, ne? Warte mal, Namen anzeigen? Nee, kannst du doch. Ja, aber nicht bei dir speziell. Doch, doch. Wie heißt denn du? Oh, Gott. Ich heiße Joyful Rocking Clown. Ach, der hier. Ja. Aber ich kann dir nicht speziell zuschauen. Ja, erstmal muss es ja anfangen. Das hat ja noch nicht angefangen. Jetzt kommt ein Level. Los geht's, das Rennen. Spring durch die Löcher. Nee, ne? Ach, jetzt muss ich das machen, was wir vorhin nicht gemacht haben, wo wir schon. Oh, Gott. Ich glaube, wenn die Moana sich das jetzt anschaut, dann will sie mit uns gar nicht mehr spielen, weil ich hier die ganze Zeit nur umqualschen will. Wolltest du jetzt mit... Ach so, du machst das so in Vorbereitung, dass du mit ihr spielen kannst, oder was? Ja, ich habe gedacht, wir spielen alle mal mit ihr. Also, wir beide sind ja alle. Äh, ja. Nein, ich bin hängen geblieben. Aber das ist gut. Du siehst automatisch dann deinen Partner quasi. Also, dein Dings. Ich dachte jetzt, äh... Ach so, das ist wie beim Golf. Da kann ich auch rechts-links drehen, hier. Nein! Vor allen Dingen fange ich dann immer mit einem Freund an, dann nimmst du echt... Ach, du schaffst das, du schaffst das! Nicht. Boah, ich bin durch das Hohen gekommen. Boah. Nein! Nein, ich häng fest. Ey, ich bin da unten. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja! Scheiße! Nein! Nein, ich bin ins Loch gefallen. Äh, nein. Ja, solltest du, oder nicht? Ach doch. Hä? 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 Ich bin qualifiziert. Was war denn jetzt? Ich bin qualifiziert. Also bist du qualifiziert? Du bist doch gar nicht durch. Ja doch, hat er gerade gesagt, ich bin qualifiziert. Ja, aber durch das Loch bist du ja eben auch schon, aber du bist ja nicht weitergekommen. Hä? Runde beendet. Beste 50%. Hat er mir gesagt. Also die Runde verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Na gut, die nächste Runde wird es zeigen. Ja. 25 qualifiziert. Es wird so lange ausgemerzt, sag ich mal, bis man als letzter steht, nämlich mal. Na gut, wenn du die Level ein bisschen kennst, dann weißt du mir so, hast du einen kleinen Vorteil, aber sonst eigentlich auch nicht. Das ist auch... Meide die Wende und bleib auf der Plattform. Ach, scheiße. Meide die Wende hört sich nicht gut an. Biss denn du? Ach da. Also geh direkt ein bisschen nach rechts. Die gehen alle direkt nach rechts. Ja, aber warte, bleib auf der Plattform. Was heißt das? Ach so. Oh, pass auf, da kommt was. Da kommt was. Weg, weg, weg. Die meinen gar nicht die Wende hier. Die meinen die Wende, die hier drüber gehen. Das ist ja fies. Weg, 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 weg. Andere Seite. Können die das nicht machen wie bei Road Rash, dass du den ein reinhauen kannst oder so? Da ist ein Elch neben dir und du hast den Rudolf auf der Nase geküsst. Raus, raus, raus. Raus, raus, ganz raus, ganz raus. Lass dich aber nie nach, nach, nach außen irgendwie drängen. Springen, springen. Ich wollte. Äh, oh, kannst du da russpringen? Ja. Ja, aber das ist ein Löcher, pass auf. Nee, Löcher sind nicht, gelobt. Ja, du weißt, was ich meine, Mann. Ja. Der hat dir eine draufgegeben, der Schneemann da. Raus, 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 raus. Ganz roh, nein, doch nicht ganz raus, Entschuldigung. Nein, ach, ich bin gespüßt. Ja, den Rest brauche ich mir jetzt nicht, weil du bist jetzt ganz raus, kein Versuch mehr, ne? Äh, ja, ich bin ganz raus. Nee, dann sprechen wir ab. Ach so, nee. Ich will abbrechen, das heißt, okay. Es sollte nicht sein, auch nicht vor dem EP. Ich habe eine Weihnachtskummel gefunden. Ähm, ein Namensschild steht hier, aber meinen Namen darf ich nicht draufschreiben. Egal. Was für ein Level bist du jetzt? Sage ich dir nicht, du Pets. Das stimmt. Du bist bestimmt schon sechs, oder? Sechs ein bisschen. Ah, stimmt. Nee, fünf ein bisschen. Nee, fünf ein bisschen. Okay, dann habe ich dich noch lieb. Wieso bist du auch, bist du, bist du, was hast du denn? Ja, auf fünf. Aber ich habe gedacht, du bist jetzt höher vom Level her, weil hier... Nee, weil ich war ja nur eine Runde weiter oder eine anderthalb. Ja, aber ich dachte, das wird wahrscheinlich schon mehr geben. Ja, es zählt aber gar nicht. Nee. 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 Ich habe doch keine Ahnung von dem Spiel. Aber ich bin schon... Ich darf es ja nicht zu laut sagen, so von wegen Karma und so. Aber ich bin schon ganz froh, dass zumindest nicht alle Runden total scheiße waren bei mir. Weil du meinst nur die meisten. Ich habe jetzt drei Runden gemacht. Oder waren es... Nee, vier Runden, ne? Zweimal bin ich weitergekommen. Einmal bin ich direkt ausgeschieden. Das war die dritte, glaube ich. Die dritte Runde war das eben. Und sind beide abgekackt, glaube ich. Und einmal war ich noch drin, aber du nicht mehr bei dem... Davor, oder? Und jetzt warst du noch drin. Ach, das ist wieder die, die geschrieben hat. Ach, du Scheiße. Ich war so kurz vor dem Ziel. Oder war das die, die ich geschafft hatte? Ich weiß es gar nicht. Mit der Maus ist aber echt... Die darf ich gar nicht bewegen eigentlich. Aua! Du Arschloch! Ich glaube, du kannst die Leute vor dir ein bisschen festhalten oder so. Ja, aber wie? Ja, mit der Maustaste, was ich vorhin gesagt hatte. Aber dann bist du halt... Ah, geh weg, geh weg! Dann bist du halt einen kurzen Moment langsamer, ne? Okay. Und mit der rechten, wie gesagt, kannst du dich so nach vorne werfen. Scheiße! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Lauf! Nein! Nein! Nein, weg! Geh da rein! Boah! Geh hoch! Schnell! Wir kriegen die noch! Komm! Wir kriegen die noch! Mach das! Nein! Ich sehe zwar nichts, aber... Ah, hier bin ich eben die ganze Zeit abgekackt. Scheiße. Nein! Mach, geh da rauf, geh da rauf! Nein! Nein! Was macht der? Ist der doof? Hallo? Warte mal, ich probiere das jetzt mal hier außen. Oh, das ist ja richtig mies. Aber... Ja, ich bin qualifiziert. Das war eben das, wo ich mich, glaube ich, auch qualifiziert habe. Jetzt kriege ich das nicht hin. Nein, 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 nein! Wieso läuft der nicht? Der bleibt hier dumm rumstehen. Nein, du bist runter von dem Wind. Du musst aufpassen, wie der Wind da oben kommt. Ja, runter von dem Wind. Du bist lustig. Oh, nein! Ich bin überhaupt nicht da rauf gewesen. Nee. Boah, so viele sind noch übrig. Nee. Die ganzen Guten werfen sie raus. Nur die Loser bleiben noch drin. Ja, ja. Boah. Du wolltest das Spiel spielen, wo ich dir nur sagen. Nein, ich finde das doof. Ich will das so spielen. Lass uns lieber so sinnvolle Aufgaben machen, wie bei Overcooked Sachen braten und kochen. Das wolltest du ja nie mit mir spielen. Das wolltest du ja nie mit mir spielen. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich dich auch so oft gefragt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Äh, das ist wieder was für dich. Ich sag nur, wie hieß das Spiel, was wir gemacht haben mit den Robotern? Hör auf, ey. Denk dran, linke Maustaste kannst du den anderen so ein bisschen blocken quasi und rechte, da kannst du nach vorne. Ach, ich dachte, ich bin direkt raus, ich bin direkt rausgestiegen. Ach so, ja, dann brauchen wir es ja nicht mehr. Bist du auch ausgeschieden? Ach so. Ich war eben vielleicht schon raus. Es ist immer so diese Gehässigkeit, die dann so im Nachhinein nochmal kommt. Und nochmal so, nicht den Dolch ins Herz, sondern wirklich den Dolch in den Rücken rein dann.